Oh! Ah! Ja genau! Was? Hä?! Aieieiei! Oh Hilfe! Oh fang! Alter! JAA! Ja, nein, nein, nein! So, alter Mia! Hör's doch! Hör's doch! Hör's doch! Hallo! No, noo! Hör's doch! Nein, nein! Nein, nein, nein! Ach, 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 ach! Jetzt geht's los, Alter! Oh! Ja! Dann wollen wir mal weitermachen, Rieger! Seid selbst willkommen, schön, dass ihr wieder einschaltet. Heute wird es legendär. Die Losers gegeneinander. Toreador versus Shotguns. Nugi und meine Wenigkeit gegen Ares und Deko. Die Goldnugis. Was ist Toreador? Das ist ein Auto. Das ist genau dieses Auto. Wie geil das aussieht, Alter. Okay, jetzt weiß ich, was die Phase ist. Blitze, blitze. Gelb ist auch sexy. Hast du den gesehen? Ja, also wir müssen die jetzt wegäumeln. Die haben eine Shotgun und wir haben auch ziemlich coole Sachen. Hallo. Ist dich, oder? Wir müssen hier oben drauf. Ja, auf jeden Fall rechtsklick. Ja, habe ich auch schon gesehen. Hallo. Ah, okay. Wie soll man das denn? Alter Schwede, da müssen wir aber ordentlich. Haben die eine Minigun da oben? Oh, ich werde verfolgt, ich werde verfolgt, ich werde verfolgt, ich werde verfolgt. Alter. Du wirst verfolgt? Ja, von Lenkraketen. Die haben Lenkraketen. Ja, aber Digga, aber hat auch schon gesehen, was wir haben. Alle Raketenwerfer. Was haben wir denn? Ich habe Media Player. Oh, wir waren... Dritt mal, dritt mal, wechsel mal durch. Ja, ha, ha. Geil. Also das hat schon mein... Oh, ist er da? Oh, ist er da? Oh, ein Arschloch hier. Oh, schade. Hat er nicht geschafft. Hat er nicht geschafft. Okay. Warte, der nächste, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Oh, mein Gott, los, Duggi. Oh, schade. Oh, no. Oh. Schade. Okay, aber die schießen doch zurück mit Raketen. Ja, hallo. Das ist gestört, ne? Das passt nicht so ganz. Na. Er schießt. Oh, die Reichweite, das würde sogar geben. Oh, geil. Oh, guck mal, wie viel... Wow, guck mal, hier. Oh, 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 guck mal, wo bin ich denn hier gelangt? Bei Star Wars, oder was? Nein, das war ein Falter. Oh, da geht es, wackelt alles. Hör auf, da... Ja! Ja! Oh, geil! Kommt ihr drauf, die Lächse. Das ist ja richtig unfair. Ja, genau, da. Und dann einfach... Ja! Hallo! Einfach wild, ey. Hallo! Okay, aber ja, wir machen es wieder richtig, ne? Ja, wir machen es richtig. Ja, oh. Was? Warum mein Auto? Mein Auto brennt? Ja, nimm dir Neues. Darf ich mir ein Neues nehmen? Hallo! Okay, ich darf mir kein Neues nehmen. Ich muss jetzt... Ich muss jetzt leiden. Oh. Hey, ich komme da auch nicht mehr rein! Nein, ich konnte nicht schießen. Richtig so, ey. Hey! Brennt einfach nur! Hallo! Hey! Hey! Da sehe ich ihn doch. Da guckt die Glatze. Nein! Nein! Schade! Schweb, hey! Ey, aber dieses Raketenbeuerwerk, das war so... Ich kann nicht mehr aufnehmen. Ich auch nicht. Zehn Stück? Okay. Pass auf, nicht, dass du runterfällst, ne? Oh, guck mal, den ersten, den haben wir schon. Loll! Alter! Und? Los, balle ihn weg, den Latten! Jawohl, los, hol ihn dir! Hey, ich komme gar nicht hier lang, weil du hast es denn geschafft. Achso, wahrscheinlich, weil wir dich zurückgeschossen haben. Oh! Alles, alles, alles. Ja! Sauber! Zwei Schuss, zwei Treffer! Richtig gut, Alter! Was denn? Oh, guck, die! Guck, der hier! Oh, nee! Boom! Wieder ein Treffer! Wo ist er? Oh! Oh, wo ist er? Wo sie sein? Hallo, wo ist er? Oh! Oh! Oh, Nogi! Volltreffer! Oh, volltreffer! Nicer Treffer, Rudy! Okay, ist das nicht so, was hätten wir eine Chance? Das war nicht so gut, oder? Nee! Alle sind glücklich! Okay, let's go! Ich nehme mir mal einen gelben Lachs. Ich nehme mal den weinroten hier. Weinrot? Oh, geil! Der hat schön glücklich. Oh, ja! Hä? Ja, genau! Was? Hä? Hä? Lugi? Wie? Digger. Alter, was? Was hast du bitte gemacht? Was für ein Profi habe ich in meinem Team? Deine Mama! Digger, einfach ein mega geiler Modus, Alter. Ja, geil! Also, ich finde den Hammer. Ich habe mich nicht oben hingestellt. Ich bin da langgefahren und... Ja, geil! Respekt! Muss man auch einfach mal so sagen. Das zählt ja. Aber stehen bleiben auch nicht. Ah, okay. Dann holen wir uns jetzt mal die letzte Schille ab. Ja. Oh, ey! Oh! Guck mal, Marvin, was ich habe! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Was ist das? Ich habe alle meine Waffen! Ah, das ist so ein Bug! Ja, das ist so ein Bug! Ja, das ist so ein Bug! Okay, warte mal. Oh! Lass nicht zusammenstehen! Nicht zusammenstehen! Ja. Nächster Lauf! Warte! Und pop! Hä, wo ist er denn? In dem Loch, äh, in der Schimpf... Loh, der steht da unten einfach! Nee, nee, nee! Das ist dein Ernst! Hä, was wolltest du denn machen? Ach, hilf! Oh! Hä? Was? Hä, mich... Was war das? Einfach random! Einfach random! Eieieiei! Oh, Hilfe! Alter! Los! Alter Schwede! Oh ja! Kann ich mich nicht treffen? Mach nicht zu! Nein! Oh, yeah! Gab nicht mehr weg, ey! Alter Schwede! Ich habe auch einfach so ein random Treffer Nugget getroffen, ne? Alter! Ich will auch so ein random Treffer haben! Ich habe noch nichts getroffen! Alles hat Nugi besser gemacht! Let's go, let's go! Ey, oh! Let's go! Fuck! Oh, guck jetzt, der Erz ist auch wieder tot! Das war knapp! Hallo? Oh! Alter, Marvin! Junge, ich habe dich so aus dem Leben gekaspert, Alter! What the fuck! Saftisch! Oh, 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 oh! Alter! Digga, irgendwie, ich Marvin getroffen habe! Das war schon... Das war das erste Mal, dass dieser Skill im Game war! Oh, Alter! Was ist denn? Wow! Ey, du hast ja auch so meine dicke Minigun, Alter! Wow! Alter! Alter Schwede, so, ich kann leider nicht sehen, wo die stehen, die Lächse. Oh, 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 er kommt, ist drauf, oder? Digga, war jetzt gleich drauf! Oh, getroffen! Die Ente haben den Schwanz getroffen. Hau ab! Nein! Close, Broody, close! Alles! Ah, du bist ja hier, okay. Wo sind die kleinen Pups Heinrich hier? Hallo! Ich brauch kurz Modizin, äh, Dings hier. Alter, war das Knappe! Was denn, Medizin oder Modition? Modizini, wie die. Ah, hallo! Los! Oh! Oh, oh, oh! Oh! Nugget in die Fraser! Genau so, nicht anders! Meine Karre qualmt! Nein! Oh, oh! Schade, Alter! Da war ich zu spät ausgerichtet, nur nach Marvin! Der steht, äh, der steht links irgendwo! Nein, nein, ich steh nirgendwo, hallo. Ich weiß aber nicht ganz genau oben oder unten. Nein, 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 ich steh nirgendwo. Ja genau da. Ja, ja, ja. Jetzt musst du gleich nach links laufen. Oh fuck. Das war aber mein Höschen. Links, linkschen, Höschen, Höschen. Und Schuss. Ja. Los. Aris. Ja. Oh, geil. Richtig gut. Schade. Die ersten zwei bis drei Runden habt ihr richtig hart geschenkt bekommen. Herr Nuki hat uns die Dinger geschenkt. Ich hab nichts gerissen. Ja, wir wussten aber nicht, wie das funktioniert. Die Reichweite da mit dem Schlitz und sowas. Aber okay, gut. Am Ende haben wir auch ein bisschen Gegenwehr geleistet. Weiter geht's. Die Chaos-Möwen-Ziegen sind wieder zusammen. Wir zogen jetzt Bayer-Bombers-Bombing. Bayer. Also, genau wie letzte Runde. Genau wie letzte Runde. Moped gegen Planes ist das jetzt hier. Bayer-Bomber gegen Auto. Ich glaube ihr habt sogar... Dreck ist voll geil. Guckt euch das von oben an. Könnt ihr ja nicht. Ich glaub... Ich glaub die haben echt Bomben. Könnt ihr uns wegbomben. Ehe gedrückt halten. Ehe gedrückt halten. Und dann mit Leertaste. Alter. Legst du die Eier. Man legt Eier? Eier? Hab ich gerade Eier gehört? Hallo? Oh, Aris, ich bin tot. Loll. Das war knapp. Bei Team Wish weiß man das nie. Oh fuck, die Bayer-Bomber kommen! Oh fuck! Alter! Ja! Geil! Alter ist das böse! Scheiße! Ja, was bombt da ein Mittagrond? Ja! Nein! Nein, hinter mir! Nein, hinter mir! Nein! Alter! Wow! Ey, der macht Bambi nix! Der hat keine Probleme! Das ist krass aus bei Mami gerade, oh du fällig! Das war richtig nicht genauso. Nein, Nugi auch! Gumm! Nein! Das finde ich gut, dass Nugi nicht weiß, wie es geht. Vielleicht musst du dein, dein hier, dein Triebwerk wollte ich gerade sagen. Dein Fahrwerk einfahren. Da kommt nix raus aus meinem Arschloch, Alter. Jetzt kommt was raus. Ja komm ich eigentlich vorwärts hier, dann fahr ich den ganzen Kreis. Das weiß ich auch nicht. Kommt ihr weiter? Weiß ich nicht, das sieht alles gleich aus hier. Ey Nugget, die Kamera hat zwei Mal rausgefallen, das ist dein Arschloch. Ich tut 50 Mal rauf und einmal kommt was raus. Ey die Strecke ist aber übertrieben weit, ey. Was? Was hat die denn jetzt? Jetzt macht das Fahrwerk schon wieder zu, ich dreh am Rad hier, Alter. Wir haben's gleich. Doch kein Button, wo man drauf drücken muss. Ne. Deko nicht in die Tube reinfliegen dann in der nächsten Runde, ne. Da ist so ein kleines Löchlein drin, da würden wir zerschellen. Ich würde hier gar keinen Tube reinfliegen. Wow, Alter war das knapp, Aris. Alter Schwede. Das ist so alt. Oh. Alter, der ist mal ne Böbelstelle hier. Nein, nein, nein. Nagi, wir haben ein Problem. Was denn? Ich kann nix machen. Nein, ihr habt kein Problem. Das ist gleich der Fall. Haben die Jets. Nein, nein. Ihr habt kein Problem, nein. Oh, ich bin tot. Oh, yeah. Was denn so? Was denn so Aris Nugget weggebombt? Ach, hallo Aris. Oh. Oh, die haben Jets, die haben Jets. Können wir nicht da reinfliegen? Nein. Was machen Aris? Wir haben keine Jets. Ja, Aris, wir können da reinfliegen. Oh, fuck. So und so. Hallo, hallo Aris. Die lügen, die können da nicht rein. Get back to the action. Okay. Let's go. Hi boy and girl. Aris, was machst du da? Flieg dich nicht. Ey, ich kann nicht fliegen. Hä? Was? Lol. Ja, nein, noch nicht auf mich drauf. Ja. Nein. Wow, Alter. Oh, ich bin tot. Toll, ich hab grad ausgepackt, du bist ein Ficker. Digga, ich muss sagen, ich hab schon ein bisschen Bock, die Bomber zu fliegen. Okay, jetzt machen wir so. Einmal ein Posting öffnen. Ja. Ja. Okay. Okay. Bei mir auch. Wo sind die beiden Lechse? Ah, da starten sie. Ich hab ein bisschen Schiss. Oh, ich seh sie noch nicht. Ah, da. Ja, okay. Hab sie gesehen. Okay. Oh, ich fall runter. Dann wollen wir mal. Oh, ich hab... Tatsache. Kacke. No! Alter, okay. Das war knapp, Deko. Nein, nein, nein. Der war gut hier. Back to action. Aber bei mir haut er nicht die ganze Zeit raus, wenn ich will. Okay. Du musst Lern sagen. Genau, das habt ihr auch. Er macht ab und zu ne Pause. Ah, okay. Oh. Er musste auch wieder nachlaufen. Oh. Ja, genau. Oh, noch, noch, noch. Tico. Oh, oh. Oh. Oh, Deko. Oh, Alter war das Close, ey. Nein. Deko, Alter. Jetzt drück mal. Jaja. Jetzt drück mal du. Ja. Hey, die sind stehen geblieben, die Sackflöcken. Du gehst zu. Ich hab mich auch gewundert, warum auf einmal die Lube immer wieder zu ist. Oh, rechts, 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 Iris. Nein! Oh, shit! Also das muss doch mal wieder sein, der Typ hat Eier. Nein, ich hab verkackt! Ich hab verkackt! Ja! Was, nein! Nein, was, du auch! Stopp! Luft gesprengt! Scheiße! Ich hätte doch gar nicht mein Fahrwerk einfahren sollen. Ich bin zu langsam gewesen, um diese Straßen nicht zu fliegen. 1-1! Weiter geht's! Einfach Full-Gas, Deko, ne? Let's go! Der Kleine war besser, oder? Ja, den hab ich letzte Runde genommen. Der Toffee-Truck ist auch nicht schlecht. Wir tauschen mal, wir tauschen mal. Deko, einer mal links, einer dann rechts, ne? Okay. Oh, schade, Alter! Ich bin gerade echt scheiße gestorben. Bisschen unnötig. Marvin, hast du dich selber weggesprengt, oder bist du irgendwo gegen geflogen? Ich hab leider, ja, mich selber wegge-eatet. Oh, ich bin viel zu schnell unterwegs! Alter, ich bin da fast runterge-eatet, ey! Shit! Wir haben noch nicht ganz raus, wo die starten. Ja, ich hab dir, ja, ich hab dir eigentlich einen, hab ich schon fast getroffen, so. Sia, wir sehen uns an dem Ziel! Ja, hinter euch, genau. Durchs Hintertürchen, hallo! Nein! Nein! Das war eng, Alter, das war eng! Wow! Was, Nagi? Mein Kind, ich hab wieder aufs Band, der Bauchklatscher des Todes, ey! Ey, das ist so knapp! Ich hab noch aufs Auto geguckt und nicht mehr nach vorne! Nein, Nagi! Geil! Ist er auch tot, oder was? Kriegst du hin? Easy, Aris! Easy! Wo ist er denn? Schaffst du? Ist der Alex da, ist der? Jäger, kriegt der nicht hin! Wir warten kurz! Da bombt der! Was will der damit? Da muss man dann eben, ja... Die Munition, dass sie auch sparen können, Aris! Wozu? Oh, jetzt bei mir! Tschüss, Papa! Was? Das war knapp, muito knapp! Oh, mein Gott! Das war richtig close! Hier bin ich gestorben, by the way, in dieser Tube. Hier bin ich hängen geblieben und meinen Flügel verloren. Bisher haben wir es noch nicht geschafft, ein Fahrzeug zu zerstören! Nee! Bis jetzt wurden noch keine Bomben getroffen, aber die Bomben haben ja letztlich geleitert. Ja. Ich muss aber neue Arten fliegen. Ja. Ja, Marvin ist schon da oben, ey. Oh, oh. Los. Oh! Nice try! Oh, 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 oh! Zershaped! Zershaped, Junge! Digger. Nice try. Schwieriges Pflaster auf jeden Fall. Da muss man schon Pilotologie studiert haben. Das kann ich aber sagen. Okay. Schade eigentlich. Lol. Wow! Habe ich jemanden? Alter, das war so ein richtiger Undercover-Flug, ey. Schade. Oh. Oh, recht, Nagi? Ja. Hinten, 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 hinter uns. Oh, 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 oh. Oh, ich bin schon weg. Bin safe. Wo sind die? Äh, ein... Links und rechts. Ja, ja, warte, 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 warte. Machst du da ein Feuerwerk? Uh. Wir sind mal da, ne? Komm! Klappe zu, einmal nachladen. Klappe wieder auf. Ah, da sind sie. Ja, okay, okay. Weiß krank, Mann. Ja. Oh, fast. Hä, wo? Ach, da hinten sind sie. Aber ich hab, ich hab die Strecke gar nicht mehr im Kopf gehabt. Oh, alles! Ah? Das geht? Ja! Ja! Mach keinen Scheiß! Nagi! Oh, Gott. Nee! Fuck! Oh, schade! Uh! Ja, weit daneben, Mann. Hey, aber, ey, Nugi! Hätte ich haben müssen! Okay, einmal kurz die Luke zu machen und nachladen. Oh, Ari ist schon relativ weit weg, damit wir... Ja, Ari, geht mal nach vorne. Nein, bin nicht dabei. Ja, sehr schön. Geil. Oh, hinter mir ist einer. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Digga, der bleibt da, ist kein Stehen, der Lappen! Natürlich! Was denkst du denn? Der Digga, richtig scheuert! Oh, Junge, 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 Alter! Oh, Junge, Junge, Alter! Wow! Ja! Alter, wie ich ihn geschweckt habe! Oh, unas! Oh, eines! Oh, er hat mich deswegen geklappt! Oh, für center Willi, Gott, Thump! Alright, also mal, in Horst wie ich zurück habe! Road Es poggues habe ich auch schon angefragten, Wie sollte das jetzt gewinnen?! Ah, mir знаю, knives habe ich auch schon angefraktet. Oh! Wir müssen noch ein bisschen streicheln! Also Lagi, pass auf! So beide perhaps die Stalin stattdessen… Oh, Schade. OK! Boah, ey, Marvin hat gerade richtig Bock auf deinen Arsch. Was, nein? Ja, Marvin, nein. Ich wollte landen. Er hat auch nur nach unten geguckt. Okay, alles da. Nur noch. Ey, ram ihn weg. Jetzt hol ihn dir, hol ihn dir da. Okay, weiter unten. Na, ich bin auch immer reingeflogen in diese grünen Tubes. Da kannst du auch easy reinfliegen. Ja, kommt hier. Perfekt, perfekt. Ja, sauber, sauber. Und jetzt. Und jetzt. Schwung mitnehmen und dann einen noch. Vorsicht, Möfin am Flug. Ja, schafft er nicht. Nee. Sehr gut. Okay, rein. Fuck, Alter, was soll ich machen? Rein, 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 in die Olga. Was ist das denn hier? So, da. Oh, schön da rein. Glaube, jetzt kann ich nichts mehr machen. Oh. Wer da drin ist, ist vorbei. Ja. Nur gleich, wenn er in seinem Jet ist, kann ich reinflugen und hoffen, dass er vor mir stirbt. So machen wir das. So, da rauf. Geil. Oh, ne, Alter, ich seh schon. Nein! Deko. Entverkackt. Entverkackt. Rudi. Noll. Was machst du da? Na, Jesus. Schieß ich. Los da. Ich weiß nicht, was soll ich tun? Was machst du da? Ahhhh. Schieß doch. Noll. Noll. Hey, hör auf. Hallo, unfair. Unfaire Mittel. Los, los, jetzt. Unfaire Mittel. Unfaire Mittel. Unfaire Mittel. Unfaire Mittel. Unfaire Mittel. Okay, jetzt boxen euch, boxen euch. Boxen. Boxen. Hör auf. Er kommt mir besser. Ey, das ist so unfair. Oh, nein. Oh, nein. Digger. Ähm. Boxen. Boxfalls. Oh, Matchgewinner. Schade. Ja. Ich würd sagen verdient, oder? Haben wir verdient, Alter? Hardcore Boxershorts. Verdient. Ganz klar. Einfach gewonnen, ey. Einfach gewonnen. Hashtag Hardcore Boxershorts. Ey, aber. Wir sind die einzigen, die mal weggebombt haben. Schade, dass ich geschafft habe. Muchachos. Daumen nach oben brezeln. Schaut gerne bei dem vorbei. Viel Spaß, wenn selber zocken. Endlos geile Dinger. Bis dann. Reigauen. Bye, bye.